Mein Lieben, auch für euch im Vlog natürlich noch mal gezeigt. Ich bin jetzt ein ganzes Stück nach oben gelaufen und habe ein Video noch mal abgedreht, einen letzten Strandpromenaden-Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Noch mal ein letzter Blick Richtung Alanya-Stadt. Wie oft sind wir hier lang gefahren mit meinen Söhnen? Es ist schon echt wehmütig gerade für mich. Von Mahmoudlal, elf Kilometer nach Alanya bis Antalya, 147 Kilometer steht dort auf dem Schirsch. Und wenn ihr dieses Video seht, werde ich schon die 147 Kilometer in Antalya sein. Ja, Mann, jetzt fange ich hier fast noch an zu heulen. Also ehrlich, das ist schon echt traurig, wenn ich bedenke, wie oft wir hier lang gefahren sind. Wie oft meine Söhne dann verpasst haben, abzubiegen. Wie oft sind wir mit meinem Mann hier lang gefahren, die letzten Jahre. Aber wir kommen wieder, keine Frage, hatte ich eben in meinem Video auch schon gesagt. Guckt mal, schön, dass ihr noch mal seht, wie doll die See hier auch sein kann und wie sie sehr oft ist. Ich filme das nur nie, weil ich nie hier bin, am Strand. Und ganz schön nah ist sie schon hierher gekommen an die Promenade. Normalerweise seht ihr da hinten die Felsen liegen. Die liegen jetzt alle hier mitten im Wasser. Und die See ist so weit vorne heute durch den Seegang. Die Felsen sieht man gar nicht mehr. Da liegen sie, ne, die Felsen. Seht ihr sie da? Heute ist Montag. Letzte Woche um diese Zeit waren meine Kinder, meine Söhne schon wieder in Hamburg. Es ist genau eine Woche her, dass sie weg sind. Über eine Woche. Das kommt mir schon wieder so lange vor. Als seien die schon ewig weg. Ich gehe wieder zurück. Ich werde nochmal ein Video drehen. Vom Liman Café bis hoch zu mir. In die Berge. Ich lasse euch die ganze Zeit in einem extra Video dabei. Dann kann ich mir das auch immer angucken, wie ich da hochgelaufen bin, wenn ich Heimweh habe. Und wir doch aus irgendeinem Grund nicht kommen. Wie gesagt, kann alles möglich sein bei uns. Viele Krankenwagen fahren heute, wochen noch immer. Versucht sich Platz zu machen. Wie in Amerika, ne, hört sich genauso an. Ja, müsst ihr euch mal wieder rummachen, weil mein Arm tut weh. Halt schon Seite, der linke Arm, aber hier ist schöner, ne. Moment, vielleicht kann ich euch irgendwie in die Halterung, dann geht es, glaube ich, einfach so. Leichtart. Die bringe ich dir. Da in dem Häuschen. Doch, rote Fahne hängt. Seht ihr? Hab ich nicht gesehen. Ich hatte eben gesagt, in meinem Strangvideo, dass die rote Fahne nicht hängt. Doch, tut sie aber. Also, es hätte mich auch echt gewundert bei dem Seegang. Hier wieder von den Bergen, das Flusswasser, das Kalte. Oh bueno. Oh bueno. Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hoffe ich jedenfalls. Dafür ist er voller. Es ist ja noch, als wir den Transfer hatten von diesem Fischerboot nach Hause. Wenn ich da jetzt bis an Teilen hätte drin sitzen müssen. Oh mein Gott, nee, das wäre jetzt nicht so gut. Und dann noch so eng. Kein Klima. Jimmy sagte, dass in dem Bus das Klima auch kaputt gewesen sei. Oder nicht richtig funktionierte. Hat er ja gesagt. Naja. Hoffen wir mal das Beste. Ich werde mir auch ein Buch mitnehmen. Das passt ja jetzt hier eigentlich ganz gut rein. Dann kann ich vielleicht lesen. Transfer. Oder ich verbrauche mein Internet nochmal. Dann kann ich ein bisschen arbeiten. Ich habe ja noch ein bisschen Guthaben, glaube ich. Aber nicht mehr viel. Aber ich denke, im Flughafen haben wir auch WLAN. Mal schauen. Da ist wieder unser Tankstellenbereich. Das haben wir immer gesagt zu den Jungs. Erstmal die Tanke. Dann das Känga-Schild. Und dann nach oben. Leute, aber ich hätte mir eine Mütze aufsetzen sollen. Also es knallt ganz schön. Vielleicht werde ich gleich erst mal irgendwie im Schatten gehen oder so. Das sind auch süß, ne? Die kleinen Palmen. Schön gepflegt. Das war alles noch saniert, als wir vor ein paar Jahren herkommen waren. Hier überall noch Baustellen-Schilder. Ich glaube, das haben die nur saniert, soweit ich weiß. Ich weiß nicht genau, aber Und die Tanke. Da haben wir unser Auto gereinigt. Und dann hatte man uns aufgefordert, da dürfen wir nicht reinigen, weil die Jungs hatten Red Bull umgekippt. die Preise nochmal von dem Tanken. Ja, wir starten am Limon Café und fahren, beziehungsweise Ich bin am Limon Café ab angekommen und jetzt starte ich nochmal mein Video den Weg vom Strand zu mir nach raus. Die Katzen waren gar nicht da. So, ist ja komisch. So, ich bin nicht gekommen. Tja, beleidigt, dass ich gehe. Wo hast du denn meine Katze gelassen? Sag mal. Wo hast du denn meine Katze gelassen? Wo hast du die gelassen? Hast dir doch nichts angetan, oder? Tja, ist nicht gekommen, meine Katze. Ich weiß nämlich, dass die Graue gestern sich mit einer gefetzt hat. Ich weiß nur nicht, mit welcher Katze, weil sie saß, als ich diese wahnsinnigen Geräusche gehört habe, saß sie da oben auf dem auf dem Zaun und hat ganz empört mich angeguckt. Wehe, du hast meiner Katze was angetan. Seitdem habe ich sie auch nicht gesehen, oder? Haben wir sie gestern Abend gesehen? Ich glaube nicht. Doch. Wir haben sie im Garten gesehen, als ich gewässert habe. Da lagen die doch alle drei. Das war doch gestern, oder? Ja, okay. Dann ist ihr ja nichts passiert. Vielleicht kommt sie da noch. Es ist 12 Uhr. Ich habe jetzt mein, also hier bei uns, bei euch ist 11. Ich habe für 12 Uhr mein Video jetzt online gestellt. muss jetzt nur noch meine Vlogs machen. Und damit habe ich aber erst noch mal Zeit. Ich ruhe mich im Moment aus. Ich habe geduscht. Ich war total nass gespitzt, habe mir die Haare aber nicht gewaschen, nur nass gemacht. Jetzt hoffe ich mal, dass heute Abend noch Wasser da ist, weil dann würde ich vorsichtshalber heute Abend duschen und Haare waschen und alles, damit ich dann, wenn ich morgen früh kein Wasser habe, dass ich zumindest sauber gewaschen bin, weil ich habe mir die Haare, glaube ich, wann habe ich zuletzt gewaschen? Vorgestern, glaube ich, mit Shampoo. Die hätten es also nötig, die dünsten ordentlich nach Knoblauch. Ich habe mir die Maske letztens wieder gemacht und dann, ja, also heute Abend dusche ich nochmal schön mit Shampoo alles und dann sind wir für morgen gerüstet. so machen wir das und dann werde ich gegen Nachmittag mal versuchen, alles einzusammeln, soweit ich das hinbekomme. Also es hat sich so ein bisschen so rausgehört, als hätte der Mann vielleicht heute Abend keine Zeit. Deswegen, ich versuche das mal so weit wie möglich, alles reinzubringen und den Tisch. Ja, das ist jetzt kein Problem. Ich kann das alles rein tragen. Ich kann ja schwer tragen, aber ich darf nicht. Und wenn ich zu schwer trage und ich habe ja jetzt schon ziemlich lange nicht mehr schwer getragen, dann habe ich nachher wieder Schmerzen am Bauchdeckenbruch und das möchte ich natürlich nicht. mache ich lieber nicht. Das ist ja jetzt nicht gut, wenn ich mit Bauchschmerzen morgen in den Flieger muss. Das Risiko gehen wir nicht ein, sonst lasse ich die Säste einfach auch draus. Mir auch egal. Naja, schauen wir mal, kriege ich schon den Tisch wenigstens. Die Säste kriege ich rein, aber der Tisch, die Platte und so ist schwer und die liegen da hinten sind auch ganz schön schwer. Na gut, wir schauen mal. Mein Mann hat mir gerade die Schafe von unserem Bekannten gezeigt und die sind so süß, die Schafe. Oh mein Gott, die haben einen hellbraunen Kopf, ein beiges Fell und hellbraune Füße. So, so süß. Ja, die werde ich mir angucken, wenn ich wieder auf dem Dorf bin. Jetzt jedenfalls habe ich mit meinem Mann besprochen, hat unseren Gärtner angerufen, hat ihn erreicht und der kommt in ungefähr zwei Stunden und dann wird er die ganzen Sachen reinbringen. und wird auch gleichzeitig für unseren Pool dieses Zeug kaufen und dann werden wir den Pool auch leer machen und winterfest sozusagen und ja, dann ist wieder alles vorbereitet. und ich werde jetzt soweit hier auch alles vorbereiten, ein bisschen Platz schaffen, dass er die Sessel von drinnen reinbringen kann, kann er da vielleicht alle in die Ecke reinstellen und genau, es ist jetzt halb zwei, so zweieinhalb Stunden noch, er sagte, so gegen vier wird er kommen und dann haben wir das auch erledigt und dann ist alles erledigt. ich werde jetzt die Sitzkissen hole ich schon mal alle rein, das muss er ja dann nicht auch noch machen und nur die schweren Sachen kann er dann reintragen und das werde ich jetzt mal tun. Guck mal, wer da wieder da ist. Es ist zwei Uhr und guck mal, wen wir hier haben. Wo warst du denn die ganze Zeit? Hattest du jetzt ordentlich Hunger? Hm? Du ordentlich Hunger? Oh mein Gott. Oh Gott, die hat aber richtig Hunger heute. Wo warst du denn, Schatzi? Hm? Nee, was ist das denn jetzt hier, Leute? Das ist alles für komische Führer. Ah, eine Ameise, die was wegschleppt. Guck mal, was die da wegschleppt. Moment, 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 Guck mal, ich dachte gerade, was ist das denn für ein Tier? Das ist eine Ameise. Tja, die schleppt da so ein Blatt weg. Sag mal. Obokkatsi hat richtig Hunger, ne? Hast du richtig Hunger heute? Oh Gott, wo warst du denn? Hm? Wo warst du denn den ganzen Tag? Hm? Ah, das Beben. Guck mal, wie klein sie noch ist. Hm? Und die Nase. Was haben die denn mit deiner Nase gemacht? Sag mal. Hm? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Du denn Hunger? Hm? Mhm. Cool.